Ein Lied, das ich länger nicht gesungen habe, aber das, weil es das iPhone 5 gibt, das Lied von iPod, gewidmet für Steve Jobs in der Cloud. Ich habe das beim Karneval versucht zu machen, das hat keiner verstanden. Das ist auch Thüringen, im Wald. Genau, bei uns ist der iPod noch ein Aluminiumtopf, wo das Ei drin gekocht wird. Oder der Hund. Ich möchte aber nochmal sagen, mein Phone ist nämlich noch nicht smart, sondern... Die Leute nennen es Telefonzelle, wenn mein Handy ich vorstelle, ernte ich nur Spott und Hohn, denn ohne Ei ist's nur ein Phone. Ständig sehe ich Leute lachen, sehen sie meine Technik-Sachen, ernte ich nur Hohn und Spott, denn ohne Ei ist's nur ein Pott. Warum kriege ich nie ein Ei? Ja, was wäre denn schon dabei? Auch mal schön und neu zu funkeln, doch ich tanke nur im Dunkeln. Das ist mir nicht ein Heilei, ich wäre auch mal so ein Ei. Was ist denn aus, wie so der hier kennt die Eier, aber ich weiß nicht. Die sitzen immer östlich von der Bühne, das kenne ich auch schon. Das ist nicht süß. Ach, da ist noch einer! Hör, hör, hör! Prober! Ja, Mann! Wuh! Seid bereit! Nee, das ist geil. Immer, je weiter weg vom Osten bist, desto abenteuerlicher wird das, einfach mal diese Flosker in den Raum zu stellen. Für Frieden und Sozialismus seid bereit! Immer so. Ein paar sind immer da. Das ist so ein Reflex, wie den Punkt des Wasserläufs beim Brötchen. Ich hatte neulich, hab ich das so noch mal hier in Rosenau gemacht, der ist bei dreien da drüben der Arm hochgeflogen. Und die anderen hatten alle Schiss, wo ist meine Jacke? Er geht die Tür noch rauf, kommt mir hier eben draußen und wird gleich zwangskollektiviert. Die hatten richtig auch Angst. Niemand hat die Absichten. Aber die sind überall, das ist jeder Abend, das ist wie so ein Vertriebenentreffen für mich. Mach Beiru-Schnecke. Ach, Gülle, nee. Aber wir waren eigentlich beim Iphone, ne? So. Wir stellen uns nämlich mal vor, was wäre die Welt denn ohne Ei? Wir setzen jetzt mal das Ei durch. Was wäre die Welt nur ohne Ei, wenn wir nach draußen schielen? Da sehen wir dann die Krichel her und die Krichörnchen spielen. Niemand wird sich mehr bemühen, die Krichel her und die Khh! Die Khh-Khh-Khh-Khh-Khh-Khh-Khh-Khh-Khh-Khh-Khh-Khh-Khh-Khh-Khh-Khh-Khh-Khh-Khh. Jetzt hol ich mir so ein Ei, ja, was ist denn schon dabei? Es doch auch mal zu benutzen und die Welt herauszukutzen Ja, jetzt bin ich auch dabei, alles gibt es nur mit Ei Beim Eisgelüten Bommalon, da ist ab jetzt dabei Nicht ein belegtes Brot mit Schinken Es gibt ein ein belegtes Brot mit Ei Einen Eipot mach ich aus dem Topf und setz ihn auf den Eierkopf Ach, was wird der Winter schee, schneit es draußen nur Eischnee Einkaufen so schön wie nie in der Eischlecker Drogerie Die wären nie pleite gegangen, wenn die sich so genannt hätten Dieser Sport, der hält uns jung, Eikraulen und Hocheisprung Du arbeitest bei IBM, stimmt das? Ja Was soll ich mit all dem Ei? Warum bin wir so hohei? Tut's auch bunt und lustig blinken Mir tut das so langsam stinken Ja, jetzt ist mir einerlei Und ich pfeif auf euer Ei Ja 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 Ja